Es macht Spaß mit den Burschen. Es ist glaube ich eine B-Jugend. Die sind so zwischen 16 und 17 Jahren. Sieht man den Willen, beim ein oder anderen auch Talent und so. Und es macht irrsinnig Spaß, wenn man sieht, wie sie sich reinhauen. Sieht man den Willen, beim ein oder anderen auch Talent und so. Untertitelung. BR 2018 Beim einen oder anderen hat man eben gesehen, dass er vielleicht mit einem Tipp oder so den Schritt noch vormacht, nennen wir es einmal so, und macht dann Spaß natürlich, wenn man sieht, diese Tipps, wie sie umgesetzt werden.